Wir haben eine Politik geerbt, die den Planeten auf Kosten der nächsten Generation ausbeutet. Aber unsere Generation ist eine andere. Und die Zukunft dieser Stadt ist auch eine ganz andere. Eine Stadt, in der es egal ist, wie du heißt oder wen du liebst. Eine Stadt, in der nicht zählt, woher du kommst, sondern wohin du willst. Eine Zukunft, in der wir unser gerechtes Miteinander zurückbringen. Eine Zukunft, in der wir Solarenergie auf die Dächer und Bäume in die Straßen bringen. Und wir miteinander tausend neue Jobs schaffen. Wir wollen eine Politik, die unser Klima schützt. Und auch das soziale Klima stärkt. Und eine Stadt, in der wir alle ein Zuhause haben. Wir wollen das gesamte Paket. Wann, wenn nicht jetzt und wo, wenn nicht in Wien. Ein Problem Untertitelung des ZDF, 2020